Aleppo Aleppo, ist eine Stadt in Syrien. Aleppo ist derzeit, AUG, 2016, bereits seit Jahren zwischen den Bürgerkriegsparteien hart umkämpft. Reisen nach Aleppo sind, wenn überhaupt, nur unter Gefahr für Leib und Leben möglich. Vor dem Krieg lebten in Aleppo über drei Millionen Menschen. Hintergrund Die fast 4000 Jahre alte Stadt Aleppo war bis zum Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 die zweitgrößte Stadt Syriens und galt zudem als Kapitalzentrum des Landes. Die Stadt hat eine jahrtausendealte Tradition als Handels- und Wirtschaftszentrum. Voilà. Neben Arabern war sie auch von einer nennenswerten kurdischen Bevölkerungsgruppe sowie turkmenischen, armenischen, assyrischen und jesidischen Minderheiten bewohnt. Im syrischen Bürgerkrieg ist Aleppo eine der am stärksten zwischen Regierungstruppen und Rebellen umkämpften und zerstörten Städte. Zahlreiche kulturhistorische Städten und Sehenswürdigkeiten, Wohn- und Geschäftsgebiete sowie Infrastruktureinrichtungen sind massiv beschädigt oder zerstört. Die Versorgungslage ist katastrophal. Ein großer Teil der Bevölkerung ist geflohen. Diverses Teil gleich Text der Karrierschen, Linesruh größer als Mit dem Flugzeug der www.alepo-airport.com gehört zu den größten Syriens und fertig tickte vor dem Bürgerkrieg jedes Jahr etwa 1,5 Millionen Passagiere ab. Der Flughafen ist sekundäres Drehkreuz der Syrien-Air. Da der Flughafen derzeit kein Kampfgebiet ist, gibt es aktuell Flüge mit Syrien-Air nach Damaskus. Dies kann sich aber jederzeit ändern. Achtung, durch Sanktionen der EU gegen diverse Organisationen und Firmen der Assad-Regierung besteht aktuell ein Verbot für EU-Bürger, Tickets bei Syrien-Air zu kaufen. Ausgenommen sind Tickets zum Zwecke der Evakuierung aus Syrien. Der Aleppo-Airport verfügt wie alle modernen Flughäfen über Geschäfte, eine Bank und Cafés. Taxes sind am Flughafen verfügbar. Mit der Bahn Aleppo verfügt er über Verbindungen nach Damaskus über Homs und Hama. Durch den aktuellen Konflikt sind Bahnverbindungen allerdings eingeschränkt bzw. gänzlich eingestellt. Unregelmäßig gab es einen Kurswagen nach Istanbul. Mit dem Bus man kommt leicht mit dem Bus aus der Türkei, Damaskus und anderen Städten in Syrien nach Aleppo. Mobilität Es gibt wenig bis kein öffentliches Verkehrsnetz für den Stadtverkehr. Das Hauptverkehrsmittel ist das Taxi, welches wirklich billig ist, halbe Stunde fahren für 1,50 Euro, oder Minibusse die ca. 10 C. Pfund pro Fahrt verlangen und mit denen problemlos die ganze Stadt zu durchqueren ist. Sehenswürdigkeiten Das Prächtigste an Aleppo ist die Zitadelle. Die Altstadt, die aus vielen Sukkus besteht, umgibt die Zitadelle und ist viel sauberer als andere Städte der Region. Einkaufen Am besten wird im Zug eingekauft. 1 Euro gleich ca. 65 syrische Pfund, Stand Ende 2010. Küche Küche typisch syrisch, also gegrilltes Schafsfleisch, Pommes frites, Salate, zahlreiche Dips aber auch Geflügel und Reis. Zudem arabisches Fastfood so z.B. Falafel, sowie das bei Einheimischen sehr beliebte Schicht, welches aus Bohnen, Hummus, Olivenöl usw besteht und sehr zu empfehlen ist. Einfach Altran, Restaurant mit landestypischen Speisen, direkt gegenüber dem Bahnhof. Mittelkansaman, Telefonnummer, plus 963 3 3 1 1 2 9 9 schrägstrich 3 630 1299, www.hankharzmannaleppo.com Gehoben Sissihaus, Telefonnummer, plus 963 2 1 3 0 0 7, Fax plus 963 2 12 12 12 1399, www.sissihaus.com E-Mail, info at sissihaus.com Nachtleben Da die Stadt einen sehr konservativen Ruf hat, gibt es nicht allzu viel Nachtleben in Aleppo. Es gibt ein christliches Viertel, in der die ganze Nacht Menschen unterwegs sind, mit einer Vielzahl an Kneipen, Bars und Geschäften. Clubs oder ähnliches sind wahrscheinlich nicht zu finden. Genauso wenig wie westliche Musik, die so gut wie gar nicht bekannt oder beliebt ist. Es dominieren arabische Künstler mit arabischer, Popmusik. In der Regel erstreckt sich das Nachtleben auf Einkaufen in den verschiedenen, teils riesigen Einkaufsstraßen im Bazar. Der Großteil der männlichen Bevölkerung trifft sich nachts in den vielen Parks und trinkt Tee, oftmals Mate-Tee, und raucht Nagila, syrische Bezeichnung für Wasserpfeifen. Unterkunft Einfaches Hotel mit Klimaanlage, TV und ausgezeichnetem Frühstücksbuffet, Doppelzimmer 70 Dollar Hotel Baron, Rue Baron 1909 am damaligen Stadtrand inmitten von Gärten erbaut, liegt das Hotel heute im Stadtzentrum. Das Baron ist renoviert und verfügt über ca. 30 Zimmer mit Klimaanlage und Bad. Attraktiv sind die vielen Hinweise auf die große Vergangenheit des Hauses. In der Zeit zwischen 1920 und 1950 übernachteten dort viele berühmte Persönlichkeiten, darunter Lorenz von Arabien, Agatha Christie und Rockefeller. Die Preise haben deutlich angezogen, ein Doppelzimmer kostet jetzt ca. 70 Dollar. Stilvolles Hotel und Restaurant Aus diesem Gebäuse wurde das Aleppo-Zimmer entnommen, das zu den Highlights des Museums für Islamische Kunst im Pergamon-Museum in Berlin gehört. Sicherheit Aleppo ist eine sehr sichere und saubere Stadt. Der Straßenverkehr mit seinen Autos ist das gefährlichste an der Stadt. Gesundheit Es gibt im ganzen Land viele Apotheken mit großzügigem Angebot. Für europäische Touristen sind Medikamente gegen Durchfall zu empfehlen, die stets im Handgepäck vorhanden sein sollten. Der Genuss von Leitungswasser ist abzuraten, es gibt überall Wasserflaschen zu kaufen. Obst und Gemüse ist reichlich vorhanden, aber es sollte gründlich mit Wasser abgespült werden. Praktische Hinweise In Aleppo geht die Freundlichkeit der Syrer, die ansonsten im ganzen Land vorherrscht, etwas verloren. Auch sollte man hier etwas mehr auf seine Wertsachen achten. Post Eine Postkarte nach Deutschland kostet zwischen 25 bis 35 SP und braucht zwei bis drei Wochen. Telefon eine Minute vom Mobilteilpunkt zu Mobilteilpunkt nach Deutschland kostet ca. 50 Cent. Ausflüge Es gibt viele Busse oder Minibusse, Savis, nach Damaskus, Homs, Hama etc. Ausflüge 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 Ausflüge